Das Highlight. Leute, das heftige neue Ensemble-Peace in unserem Wohnzimmer. Was soll es sein? Ding, 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 und... What up, Band? Welcome, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu dem Daily April. Alter, diese Kamera sieht rip aus. Heute gibt es endlich mal wieder etwas, was ihr ganz lange schon wieder haben wolltet und erfragt habt. Und zwar Instagram bestimmt mein, beziehungsweise in dem Fall jetzt unser Wohnzimmer, also von der WG. Wir malen hier behind the camera. Du, äh, fennst? Ja. Und im Prinzip machen wir das Ganze genau so, wie wir es auch schon letztes Mal gemacht haben, dass wir beide jetzt nacheinander quasi mal Sachen raussuchen. Das heißt, automatisch ist es auch noch so eine Art Boy vs. Girl Challenge. Uuuuh. Ja, aufregend. Ah, ich bin übrigens Jana. Ach ja, genau, äh, Jana, Simonius, Alec, aka The WG. Also, kurz zur Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Wir haben uns vier verschiedene Kategorien überlegt für Dinge, die wir quasi raussuchen. Weil wir dann natürlich euch entscheiden lassen wollen, machen wir dann eine kleine Insta-Story, wo ihr sagen könnt, ob Janas Idee eben cooler ist oder die des Mieres. Also, wenn ihr Bock habt, auch mit zu entscheiden, dann jetzt einfach hier auf Instagram followen. Ach ja, und wenn ihr den Kanal auch noch nicht abonniert habt, dann macht ihr es jetzt am besten auch, dann geht einfach ganz unten, wenn ihr links auf diesen kleinen Button drückt, tut es einfach nun, dann... Tut's einfach. Jetzt. Richtig. Jetzt. Mehr gibt es jetzt nicht zu sagen, oder? Sonst killt ihr euch. Oder so. Nun, also zu den Kategorien. Das erste Problem, was wir in der Wohnung haben, ist, wir haben einfach keine Deckenleuchten. Das heißt, da wäre mal ganz geil, wenn wir da irgendwas anschaffen würden. Und wenn wir die Leute dann auch noch entscheiden lassen können, umso schocker. Finde ich gut. Ich glaube, seitdem ich dich kenne, hattest du noch nicht wirklich eine funktionierende Lampe. Das ist... Wir hatten eine Lampe, aber die wohnt ja immer aus. Es ist nicht im Haus. Wir leben mit Softboxen, das ist doch nicht normal. So weit, zwei Stück, Alter. Du weißt, wie viel Strom die verschwenden. Hey, die sind so energiesparend. Echt? Das muck mal nicht auf, allen kann. Okay, Leute, dann hol ich nur noch Softboxen. Ich finde es auch cool. Gar nicht so wack, weil die machen halt so diese nice, so Sonnenes. Ich dachte nur, dass die immer voll viel verschwenden, deswegen kürt ich die nicht. Ne, ne, die sind an sich grandios, was den Energieforbruch angeht. Okay, zweite Kategorie. Genau, genau. Der Boden. Letztendlich haben wir halt auch seit Anbeginn der Zeit in dieser Wohnung einfach nur diesen Teppich. Den hässlichen grauen Teppich. Hey, also hässliche Gesetz nicht. Hey, du wolltest auch einen anderen haben, weil er es nicht verschießt. Ja, aber auch nur, weil wir schon so lange kamen. Ausrede. Deswegen, neuer Bodenbelag, gar nicht so wack. Ja, ich freue mich. Dann, warte, was war die dritte Sache? Also wir haben noch... Dieser kleine, aber feine Durchgang hier. Also weil wir hier diesen Durchgang haben, haben wir uns überlegt, dass es geil wäre, hier einen Vorhang zu haben, dass wir quasi so einen Raumtrainer-mäßigen Systematik haben, dass dann hier Leute irgendwie chillen können. Und, wenn hier ne Wand zwischen ist, dann können da Leute auch schlafen. Hä? Warum soll so... Ich schlafe gerne im Meeting-Raum. Wenn du belegt hast, haben wir zu viele Gäste, haben wir hier noch ein Gästezimmer raushauen? Das ist halt tatsächlich wirklich gar nicht so wack. Siehste? Aber letztendlich ist es halt trotzdem, trotz allem nur ein Vorhang so. Wenn die dann irgendwie anfangen, dann zu bangen oder so, dann hat man es halt trotzdem... Ja, okay, übertreibt doch nicht direkt. Dann am Ende haben wir noch die größte Herausforderung, und zwar müssen wir noch so was Highlight-mäßiges raushauen. Okay, irgend so ne Sache, die es einfach nie in Wohnungen gibt, aber wir wollen... Nie in Wohnungen gibt? Ja, genau. Also einfach so was mega außergewöhnliches. Okay. Wir legen los mit der Lampe. Research time, Jana. Drei, zwei, go! Ich bin tatsächlich überrascht, was für ne geile Lampe ich rausgefunden hab, vor allem jetzt gerade so mit der momentanen Situation des Wohnzimmers passt hier halt über sieben krank rein. Okay, zeig. Bereit? Ja. Tschüch, Alter! Voll geil! Warte mal, warte mal, warte mal! Wie groß ist das Ding? Wenn hier der Mensch sitzt... Warte, ist doch, ja? Ist die dann so groß? Hä? Nein, die ist voll weit vorne. Sieht man doch, dass sie noch viel weit vorne ist. Hey, aber das ist ja doppelt gemoppelt. Dieses Bild hast du schon im Hintergrund. Nein, das ist ja das Geile. Das ist ja das Geile. Das reflektiert dann quasi so die Stadt. Deswegen ist es voll geil. Wow! Weil das ist einfach so, New York ist da so drauf. Guck mal, wie fett es aus. Und das ist so ausgekarft irgendwie. Ja, ist die schlecht. Okay. Also ich glaube wirklich, dass es relativ sick sein könnte. Okay. Ich weiß aber, wie groß die ist, kann ich wirklich grad auch noch nicht ganz einschätzen. Muss man mal gucken. Okay. Janus, bin gespannt, was die da jetzt vorbereitet haben. Ich kann mich nicht entscheiden. Kannst du mir helfen, welche ich nehme? Äh, das ist nicht der Sinn der Sache hier. Also eine ist halt ein bisschen weiblicher und andere ist ein bisschen männlicher. Du musst dir überlegen, okay. Du kennst ja die Zuschauer, du weißt, was die ungefähr wollen. Und dann musst du dir überlegen... Ja, die wollen sowas. Aber ich würde lieber was schöneres. Was so harmonischere... Aber du wirst doch gesinnen. Du musst ja diese grandiose Lampilie abschlagen. onst doch sagen die einfach... Ah, ich habe anders gedacht, ich dachte einfach, jaaaaaaaaaa... Drei, zwei, ein und bam'm... Ich hab im Endeffekt dieselbe wie du, nur ohne Bild. ...daselbe. Ich muss dir mal vorstellen, wenn jetzt hier das New-York-Bild drauf ist, dann ist es... Ja das ist halt wirklich die... Also entweder... Okay... Warte, oder die männlichere Variante oder, oder, oder diese Variante oder, wie wär es... Bis dahin kannst du sicher noch entscheiden, welche du es in die Kamera hältst? Wir machen die erste Story. Alle erste Kategorien wäre die Kategorie Lampe und da haben wir folgende Dinge. So, Auswahl. Einmal haben wir hier von Jana, einmal diese Lampe. Willst du kurz was zu sagen? Die ist schön und mädchenhaft und... Und meine Lampe sieht so aus und zwar, wie ihr sehen könnt, ist da so eine kleine aber feine New York-Spiegelung drinne. Meine ist Roségold. Okay, Jana ist Roségold, meine ist irgendwie so Silber mit New York drauf und jetzt ist eure Zeit zu entscheiden. Hallo! Warum bin ich immer vor allem so aufgeregt? Mein Herz explodiert immer. Du kannst denn eine Rocket Patsy nehmen, um dich zu beruhigen? Kann ich nicht dich nehmen? Okay, du kannst meinen Finger anfangen. Uh, 6 zu 4. Oh, du führst Jana. Roségold, 6, New York, 4. Boah, das wäre so rip, wenn wir so ein eklig im Roségold. Malzumau, das war ne hübsch. Alter, dann würden wir merken, dass sie richtig bergab geht mit der Wohnung. Ah! Jaaa! Ja, ich habe aufgeholt, also überholt. 15 für Jana, 18 für mich. Okay, mach schnell weiter. Mach schnell weiter. 17,6. Oh! Der Trend geht ganz lang in unsere Richtung. Malikiro, wir haben den Laden rasiert, beziehungsweise du hast nichts damit zu tun, aber... Egal, trotzdem. Jaaa! Jaaa, müssen einstecken. Aber es haben trotzdem ein paar Leute für mich gestimmt, das heißt, ich habe ein bisschen Geschmack. Wird wahrscheinlich relativ klar, die Girls werden dich gestimmt haben für Roségold und die Boys denkt mal für New York so. 66, 39, okay. Langsam machen wir doppelt so viel. Na, gar nicht wahr. Geil! Ja, wie kriegen sie so ne fette New York-Lamp hier rein? Das ist fett. Guck mal, wie geil das ist, weil dann sieht es wirklich aus, dass es hier so spiegelt ist. Ja, aber wenn es... Irgendwann denken die Leute wirklich legit, dass wir in New York wohnen. Aber wenn es so groß ist, dann können wir gar nicht mehr von da nach da filmen. Ich glaube, die ist nicht so groß. Ich glaube, die ist nicht so groß. Ich glaube, wir können weitermachen mit der nächsten Category. Was war das nächste nochmal? Teppich! Okay. Ah, ich habe... Diesmal lasse ich dir einen Vortritt. Was hast du teppichmäßiges für einen Vorberein? Ich habe was richtig, richtig Schönes. Also, wenn das nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht mehr, wo wir leben. Also, der ist so richtig, richtig flauschig und richtig luxurig. Okay, das klingt schon mal gar nicht so schlecht. Flauschig ist ja super geil. Und ne richtig, richtig fette, geile Farbe. Okay. Are you ready? Oh ne, jetzt kommt wieder Pink. Ich habe erst überlegt, alles in Rosé und Rosasau. Oh, ey, so auszuwählen, aber ich habe mitgedacht. In Rosé und Rosa, rasu, zool. Okay, wir schnacken nicht mehr lange und drehen direkt um. Tada. Was denn? Häh, der ist voll geil, der ist voll flauschig und sieht voll. Okay, der ist voll der Pornotepp. Ja, deswegen, der ist voll geil. Sieht richtig. Den Koffe nur, wenn wir uns alle darunter rumreacken haben. Aber guck mal, so krass anders wie der hier ist der doch gar nicht. Ja, aber die Farbe, das macht doch voll viel aus. Guck mal, der ist grau, der ist langweilig und der ist dann so richtig blau, so richtig blau. Das war's, er ist blau. Ja. Also ich bin wirklich enttäuscht, wenn der nicht gewinnt, guck mal, wie schön das aussieht. Wir haben ja noch so eine Couch und so einen Tisch, dann sieht das richtig gut aus. Okay, äh, gut, letztendlich liegt es ja zum Glück eh nicht in unserer Hand. Meins ist mal wieder so, ja, bisschen außergewöhnlicher. Ich dachte mir, hm, irgendwie, also mittlerweile haben wir ja echt fast ein ganz normales Wohnzimmer, womit ich mich nicht so identifizieren kann, deswegen, ein Kunstrasen. In Ernst? Ha, einfach so einen kompletten Kunstrasen, das wäre voll geil. Aber guck mal, das ist auch eine richtig geile Kunstrasen, mal guck mal, wenn du mal genau hinzoomst, dann siehst du auch, dass es nicht irgendwie so ein Billo-Dicken ist, sondern das sieht halt legit aus wie echtes Gras. Und dann, Frühling, das ist halt mein Gedanke, ist es halt so, wir können picknicken, wir können hier so draußen quasi spielen. Wir können aber auch einfach rausgehen. Ist so, was sind die für Kellerkinder, dass wir im Wohnzimmer picknicken. Bist du ein Bescheid? Aber komplett happy life, wenn du einfach überall, wo du bist, einfach auf den Rasen schickst. Ja, aber hier ist doch keine Sonne, hier ist kein draußen, keine frische Luft, kein gar nichts. Und wir können auch lieber ein Flauschig, wo du auf dem Boden liegen kannst und nicht räkeln kannst. Gut, letztendlich musst du die Zuschauer überzeugen, mal gucken, wie die Abschirmung ist gerade. Wir haben letztendlich 250 und 160 jetzt gerade in den letzten Abschirmungen gehabt. Das heißt, wir haben korrekt entschieden. Und es geht weiter mit der nächsten Question. Jana, wirst du erst mal eins? Ich hab einen wunderschönen blauen Teppich ausgesucht, der richtig, richtig, richtig flauschig ist. So richtig, hallo, hier bin ich. Richtig, richtig gut aussieht. Egal, was die jemand jetzt gleich aussucht, es ist scheiße. Gibt das? Aber schaut mal, was ich hier ausgesucht habe. Und zwar einfach so einen realen Kunstrasen, der halt wirklich so richtig high professional-mäßig aussieht. Das sieht voll geil, weil so im Frühling... Das sieht nicht gut aus. Aber guck mal, im Frühling können wir dann immer hier drin picknicken und so. Wir können auch rausgehen. Aber machen, muss machen wir nicht. So, Leute, ihr dürft abstimmen. Bibi, jaja. Bibi, jaja. Und auch hier wird es nun wieder ein spannendes Verhältnis der verschiedenen Ergebnisse untergeben. Okay? Ja. Warte. Uh, wir sind wieder genau bei 0,0. Ich finde immer diese Teile so voll nice, wo man so hoch und runter swipen, dann geht's so nach und nach, ändern sich die Ergebnisse. Oh, eins zu eins. Die Spannung steigt. Guck mal, mein Herz explodiert gleich. Was? Drei für Jana, ein für Simon. Oh, zum Glück, Alter. Hä? Hast du gar Bock auf Rasen? Ey, Digga, wenn der Rasen hier hinkommt, muss ich ja sowas von los. Och, Mann. Eins für Simon, fünf für Jana. Was geht mit Deutsch? Du hast keinen Geschmack. Du hast keinen Geschmack. Was spricht gegen Rasen im Wohnzimmer? Ah! Vier für Simon, aber für Jana. Nö. Sechs zu zwölf. Achtzehn zu 37. Fuck! Ja, es ist sehr cool. Aber so ein blauer Flaschgeglatt heppig, der passt da gar nicht rein. Doch, guck mal. Aber Rasen passt hier rein, oder was? Zweiter Punkt geht an Jana! Oh Mann, ich find die Somatte wirklich weh, so. Weil man gibt sich so voll Mühe, so voll Sachen aus, wo man denkt so, ja, Mann. Als ob du dir Mühe gegeben hast vor dem Teppich. Ey, ohne Witz. Ich hab sogar in saurem Abführung gewissen. Guck mal, wie teuer der gewesen wäre. 14 Euro für den Quadratmeter. Das heißt, wir landen danach bei 27.000 Euro. Und ähm... Meiner kostet nur 50 oder 60 oder 70. Okay, das ist zumindest mal ein Vorteil. Wir haben ein bisschen Money gesaved. Save their money bitches rain! Warte mal. Dann kommen wir jetzt aber zum Vorhang, gell. Harte, nice. Da ist aber gespannt. Wie gesagt, hier, raumtrennermäßiger Vorhang. Eine Stange musst du natürlich dann auch dazu besorgen. Hast du schon eine Idee? Ja. Okay, ich such mal was aus. Kann ich ja weiter tindern. Haben wir keinen Stein. Machen wir so? Haben wir keinen Stein. Was willst du von mir? Ich will sehen, was du tinderst. Okay, ich bin confident. Ich bin fucking confident. Ich glaub, das ist richtig killer. Ich glaub, was ich da rausgehauen hab, ist ein absolutes Brett. Pass auf, man sieht's. Oh fuck. Okay. Ja, dann kann ich's aber direkt mal zeigen. Ich schnapp mir einfach mal den Vortritt. Und zwar, Alter. Ich war richtig kreativ. Ich hab nicht einfach gedacht, okay, ich guck irgendwie was mit dem Internet zu finden. Sondern ich hab einfach selber was konfiguriert. Das eigenes Design. 20 Sekunden? Ja, Mann. Es ging echt schnell, weil ich das Designer schon hatte. Und zwar BÄBÄM! Einfach so ein riesiger Rocket-Fong. Stell dir mal vor, wie geil das wär, wenn die einfach so gigantisch Rocket ist. Dann haben wir da ne Rocket, da ne Rocket, da ne Rocket, da ne Rocket. Teamwillshop.de, liebe Freunde. Ich hab keine Rocket. Also ich würd sagen, Rockets kann man auf jeden Fall nicht zu viele haben. Deswegen, Leute, einfach auf den Shop gehen. Du kannst dir auch einfach drei T-Shirts bestellen. Das ist auch ne Sache, die man machen kann. Boah, krass, echt? Ja, wenn jemand das macht und ein Screenshot davon postet, wie er drei T-Shirts bestellt hat, dann kriegt er einen Shoutout im nächsten Video, oder? Lol. Oder? Ist doch fair. Bei vier T-Shirts. Bei vier T-Shirts erst recht. Boah, wir können ja so nen Rekord machen. Wer bestellt da weiß T-Shirts? Bestimmt, wer die weiß, ist das nicht. Aber ich dachte, 3, 4, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. Nee, macht das nicht, Leute. Übertreibt nicht, ja? Nur ein paar Shirts kaufen. Die Wertschätzung muss ja auch noch bleiben. Aber, jetzt wollen wir erstmal dein Ding sehen. Was tritt an gegen meinen Vorhang? Ich hab wieder halt dran gedacht, dass es schön aussehen soll. Okay. Also gar nicht so abgespaced, wie du mal wieder. Sondern einfach nur, wenn man den blauen Teppich hätte. Wenn man diese rosa Lampe da hätte. Und dann einfach nen ganz normalen Standard-Vorhang. Ist ja voll lame. Ja, aber es sieht schön aus. Heißt dieses Produkt zufälligerweise lame Vorhang? Aber es ist schön. Neutral, clean. Grau, Digger. Das ist einfach grau. Das ist nicht grau-grau. Das ist so ne Mischung aus beige und grau. So ein Zwischenton. Ah, okay. Der letzte Punkt ging halt an Jana. Aber ich hoffe am nächsten bin ich confident, dass sie da meinen feiert. Und zwar BÄM! Ich hab einfach selber einen konfiguriert. Und zwar so'n Rocket-Vorhang. Stell dich mal vor. Hier wäre einfach so'n riesiger Vorhang. Und Jana, willst du noch das teils zeigen? Ein grauer Vorhang. Hey, schön clean und sauber. Und einfach und hell. Aua. Hell. Hier ist auch ganz viel weiß dran. Also entscheidet. So. Jetzt aber mal gucken. Ey, wenn die Leute den grauen Vorhang wollen. Das wäre echt lustig. Ey. Schäme. Ich würde zu abkotzen. Ich würde zu abkotzen. Denken wir, durch die Team Will Rocket sind die Leute eher auf deiner Seite. Ich würde hier wirklich nicht mehr wohnen wollen. Weil sie wollen das eigentlich auch kaufen als Vorhang. Uh, dass man sowas an der Team Will Shop packt. Boah, stell mal vor. So'n, 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 so'n Duschvorhang mit einer Rocket. Das ist doch nice. Aber guck mal, die meisten Zuschauer von uns sind es nicht die Menschen, die jetzt... Doch, die können Mama und Papa fragen. Mama, Papa. 0 für Jana, so. 1 für Jana, 16 für Rocket. Ja! Ein Freund Supporter. Aber was hast du dir bei diesem grauen Vorhang gedacht? Ich hab's selbst für mich ab. Was? Nix. Amazon? Amazon. Frank, hab ich schon bestellt. Den grauen Vorhang? Nee! Ergebnis ist hier ziemlich hart eindeutig 45 zu 9. Geil, Alter. Alter, auf diesen Rocket Vorhang freue ich mich absolut. Wer ist das? Das freut mich auch. Keine Ahnung. Wir machen erstmal weiter. Damit kommen wir jetzt aber dann wirklich zur letzten Kategorie. Und zwar zum Highlight, oder? Das ist korrekt. Du bist das Highlight. Okay. Highlight ist halt so 100% kreative Freiheit. Jeder darf komplett entscheiden, was der als Highlight nehmen will. Ich nehm Highlighter. Ja, nah, diese Jokes. Hallo hier. Okay, tschüss. Ich weiß, was das ist. Warte mal. 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 Jetzt muss das sein. Alter, das wäre zu krass. Jaaaaaaaaaaaaaaaaah. Oh, Mann. Warte mal. Warte mal. Jaaaa. Hör weg. Oh, win. Hast du das für einen Drop? Alter. Hab ich den Pulli geschenkt? Of course. Ich will einen. Fresh as fuck. Okay, Emel, der ist für dich. Drei, zwei, hui. Hat nicht funktioniert. Okay. Wuuu. Alter. Damn. Is that nice? Is that nice? Warme, schöne Taschen hier. Schnürsenkel kann auf jeden Fall. Kann man auch fallen. Was haben sie dafür? Abartig. Abscheuliches Outfit an. Super. Sie sind derjenige, der jedes Rocket-Shirt zum Beispiel ausstellen kann. Drei. Zwei. Boah. Ey, so geil. Ich liebe die neuen Shirts. Über alles. Los. Ihr seht ausnahmsweise mal gut aus. Dankeschön, dankeschön. Alter, das finde ich grad voll nice. Kurz zum Hintergrund, warum wir das gerade so als Bestellung hier reinbekommen haben. Wir haben ja damals angefangen, die Shirts selber oben bei uns in der Druckerei zu drucken. Aber mittlerweile haben wir das ganze Level einfach komplett abgesteppt. Und das ganze Ding ist jetzt einfach wirklich weiterentwickelt. Wir haben eine neue Form von Druck. Kräftigere Organisation. ETC. Boah. Overall ist einfach alles nicer. Deswegen jetzt offiziell auf teambullshop.de gehen. Und einfach mal eine Runde gönnen. Das spricht absolut nichts dagegen. Ähm, wir gehen jetzt aber zum Highlight, gell? Zum Highlighter. Okay. Nochmal kurze Session Round. Hab eine. Nein. Das Highlight. Leute. Das heftige neue Assemble Piece in unserem Wohnzimmer. Was soll es sein? Ich muss sagen, ich hab grad echt ein bisschen gestruggelt irgendwie. Ich hab jetzt nichts gefunden, wo ich sagen würde so Boah. Eher sowas, wo so, so cool, cool. Deshalb mal gucken, was du hast. Ich hab wieder was Schönes ausgesucht. So. Das sieht schön aus. Sollen wir diesmal einfach beide gleichzeitig zeigen, dass die Leute quasi gar keine Chance haben, irgendwie parteiisch zu werden, so? Ja. Okay. Leute, seid ihr bereit? Abonniert den Kanal in 3, 2, 1. Didiit. Uh. Ey. Es sind beides Dinge, die von der Decke hängen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen gemeinsamen Nenner gefunden. Wir haben beide Geschmack. Und beides sind irgendwie Sachen, die man letztendlich irgendwie boxen kann. Bei dir ist er eben so ein Kind. Schaass. 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 Hey, sorry, aber das Kind bestellen wir nicht. Wir bestellen nur die Schaukel. Ah. Aber am liebsten. Das ist ja wack. Aber am liebsten entscheiden wir gar nicht über Instagram, sondern ich kaufe ja das selber für mein Zimmer. Und wir nehmen den Boxsack, weil ich will boxen. So. In dem Fall. Können wir den Boxsack nehmen? Wohl, wir können doch Simon boxen. Äh, ne. Das lassen wir mal schön bleiben. Die ganze Argumentation, warum jetzt der eine oder andere besser ist, machen wir einfach auch jetzt ins Story. Yeah. Einmal den Boxsack und einmal hier eine Schaukel, die von der Decke hängt. Ich bin gerade ein bisschen im Struggle, weil ich finde tatsächlich die Schaukel irgendwie geiler. Echt? Ich finde den Boxsack geiler. Ach, scheiße. Das heißt, Leute, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Wollt ihr lieber, dass wir einen crazy Boxsack in unsere Wohnung hängen, beziehungsweise der muss ja jetzt irgendwie mit diesem blauen Teppich zusammenpassen. Oder. Der ist doch super. Diese Schaukel hier so. Das wird natürlich gut aussehen. Die Schaukel wäre so geil. Könnt man den ganzen Tag irgendwie so abhängen. Ja. Okay, Leute, entscheidet euch. Das ist auf jeden Fall hier The Big Finale. Und The Big Finale wird offiziell auf Instagram geladen. Oh. Hallo. Hallo. Ich muss sagen, bei dem kann ich jetzt am wenigsten abschätzen, was nachher wirklich passieren wird. Es könnte sein, dass die Girls die Schaukel nehmen und die Boys den Boxsack. Oder andersrum. Vielleicht denken die Girls auch, dass wenn die Jungs sich an den Boxsack ausreagieren können, weißt du, dass dann weniger Gewalt entsteht. Das stimmt auch. Und es ist online. Wir sind offiziell bei 00. Ich würde sagen, wir legen das Ganze jetzt mal hier hin. Aktualisieren. Erstmal noch nicht. Weiß nicht. Also im Prinzip einfach nur spannende Musik einfügen jetzt. Warte. Ding, 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 ding. Uh, das sieht mir nach der Schaukel aus. Noch eine letzte Aktualisierung. Ding, 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 ding und 26 zu 7. Und damit wäre die Entscheidung auf jeden Fall gefallen. Ich habe verloren. Ich freue mich recht, weil die Schaukel ist echt geil. Oh ne, ich wollte die eigentlich in mein Zimmer schwimmen. Ich werde dich verlieren. Alter, geil. Oh ne. Wo kann man die Schaukel am besten hinpacken? Bei den Boxsack, hätte ich mir gedacht, dann packen wir die in die Ecke. Hey, dann können wir doch auch hin. Bei der Schaukel ist echt... Können wir die hinhängen und dann daraus eine Reaction-Ecke machen? Wir alle auf der Schaukel, ja klar, easy, kein Problem. Ne, aber das ist ja wirklich gut. Also, Freunde, das war es dann erstmal von diesem kleinen Video. Wie gesagt, in dem Video bestellen wir natürlich jetzt erstmal die ganzen Sachen. Die ganzen Sachen, die ihr jetzt ausgewählt habt. Vielen, vielen Dank an die ganze Instagram-Community, dass ihr uns die Entscheidung hier ein bisschen erleichtert habt und dass ihr, naja, mitgespielt habt. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, denn hier gibt es jeden Tag absolut crazy-Content. Schaut bei Jana vorbei. Und generell auch hier die ganze WG, Crazy Cosmos. Wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie wir beide in extrem wenig Klamotten, ähm, Maliks Zimmer füstet haben, dann klickt einfach hier drauf. Das war auf jeden Fall ein crazy-ass motherfucking-Shit. Und morgen geht es natürlich dann weiter mit dem nächsten Video, wo dann vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, direkt mehr duktig passiert. In diesem Video war es halt jetzt sehr viel, äh, naja, Vorbereitung auf die großen Dinge, die jetzt dann passieren werden. Und wie gesagt, gönnt euch auf jeden Fall den Rocket-Merch. Ich bin auf jeden Fall extrem froh, dass wir grad jetzt die Monster-Lieferung bekommen haben. Könnt ihr ja in dem Fall auch mal direkt schauen, ob so ein Shirt aus dem Shop auch geiler eine Katze aussieht. Ich kann ihn einfach mal mit dem Petzel hier ausprobieren so... Alter! Also ich muss sagen, kann man auf jeden Fall abonnieren! Nein!